Josef Waschner, als wir wegen Corona alle zu Hause sein mussten. Ja, ich kam mir voll gut rein. Wie war das denn? Hast du das Ursaalchen gesehen? Nein. Nein, ich habe nicht gesehen. Bloß gesehen hat er den Maul, oder? Gewunken haben wir einander. Vor dem Haus zum anderen. Es kommt, dass wir diese Minute sehen, und ich bin auch ein Röckchen dabei. Ich glaube schon. Aha, ich glaube schon. Was ist dir abgegangen, wenn du den Buben nicht gesehen hast? Hast du die Bühne gesehen? Ja, halt. Was? Hättest du ja wollen. Die kleinen Bühne, die schönen. Das sind deine schöne Bühne. Ja. Hast du das willen sehr fest? Ja, und das hätte ich alle wollen. Aber man hat auch Corona halt nicht so gut miteinander zusammengekommen. Ja. Aushellig, was hätte ich auch mal sagen. Hast du kalte Händchen. Kannst du dich erinnern, wo du nicht mehr zurückkommst? Kannst du dich nicht mehr erinnern, wo ich dir das Händchen habe? Ich habe nichts zu tun mit dir. Ich habe einfach versprungen. Und dann auch nicht mehr helfen können, wegen Corona. Aber jetzt ist es damals wieder besser. Ja, Lina. Jetzt ist es wieder besser. Ja, Lina, sowohl. Ja. 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 Ja.